Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Blitzkram Legendary Edition Und ich muss noch ganz schnell Ähm, versuchen Ich hab noch 50 Groschen Äh, irgendwie 19 Schleichenbücher zu kaufen Ähm Gesellenbücher, ne, bis 50 Natürlich hab ich nichts Ähm Äh Ja gut Okay, dann passt das Dann brauch ich den Trank nicht nutzen Ich hab ausnahmsweise kein Geld Und bis ich das Geld geholt hab, ist der Trank weg Okay, sonst hätte ich nämlich gerade noch Schleichen Gekauft Aber da passt das So, ähm Aus der letzten Folge haben wir den Verrat gehabt Den werden wir jetzt Erstmal berichten Sag ich mal Nein Ah, warte, warte, warte Für eine Sache haben wir aber Geld Nämlich für Essen Ja, hallo Hallo Denn dafür hat man immer Geld Äh So, ähm Äh, Entraela Krüstenbrot Und vergleiche es sich Brot So, wie viel kann ich mir 59 Meilen leisten Vier Okay, passt doch Ja, wünsch ich euch auch So, äh Wir haben das jetzt mal für Essen Geld ausgegeben Wow So, wenn zu viele Quest-Ziele auf eurem Campus erscheinen Ich verstehe diesen Satz nicht Es gibt nicht so viele Quest-Ziele So Im Adelsviertel angekommen Bei uns zu Hause in der Hood quasi Äh Können wir jetzt Unserem Naja, fast Nachbarn kann man nicht sagen Das ist zu weit weg dafür Jerai berichten Von dem Verrat Von dem Oh, ist das Ding Löwen Wieso liegt ja alles auf dem Boden Oh, Äpfel Äh Ähm Hallo Hier ist Werkstatt Okay Okay Ja, hallo. Oh Gott. Äh. Ha ha ha. Shit, der ist schneller. Aber wir sind schneller. Alter, ist die Musik geil hier gerade. Alter, ich kann gerade nur bleiben und hier die Musik anhören. Na, nicht ins Schussfeld. Horst, Partierer. Kommt ihr hier durch oder seid ihr zu fett? So, Leute. Das Ding ist einfach viel zu lahm, aschig. Na, nicht in mein Schussfeld. Horst. Du bist auch so ein Horst. Hallo. So, viel hast du nicht mehr. Alter, und ich hab halt einfach null Bogenfee. Je Rei. Alter Eisenpfeile ist aber nicht gut. Stahlpfeile. Nein, dann passen Sternexpfeile. Hallo. Äh, hallo. Danke. Oh. 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 So, sag mal, geh rein, ne? Also. Was ist mit Patira? Ist sie tot? Sie meinte, ihr würde das Potenzial dieser Maschine nicht vollends ausnutzen, Jere von den Geschehnissen erzählen. Was ist mit Patira? Also werdet ihr Patiras Bewusstsein wieder an ihren Körper zurücktransferieren. Was ist mit Patira? Gerne, gerne, danke, danke. Ich darf hier also sicherlich auch mit dem, was so hier ist, ne? Wenn da irgendwas Wertvolles ist, bediene ich mich einfach mal. Horst Patira, ich finde das geil. Teilberein meines Erachtens Erfolg. Wie geht es, Horst? Gut, 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 das freut mich. Sollen wir die ersten Schritte, haben wir den schon gelesen? Ja, natürlich haben wir den schon gelesen. Äh, ein bisschen Interessantes, dass das alles bekannt ist. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück in die Werkstatt. Das hier war ja die Werkstatt in dein Haus eigentlich ja doch wirklich wieder. Essen hat er nicht mehr, schade. So, die Schatulle. Äh, 750 Groschen. Die, äh, Klauen des Aschekriegers und den beteilbaren. Ähm, ja, das kann man doch mal sagen, ist doch ganz ordentlich. Äh, da ist ausreichend, ausreichend, ausreichend auf jeden Fall. Ja, okay. So, aus der sieben Tore. So, ich gehe mal kurz schlafen bis zum nächsten Tag. In meiner Nacht kann man eh nichts machen, deswegen... So, 12, 13 Stunden. Ja, bei 13 Stunden könnte ich, glaube ich, in Wirklichkeit eher sehr, sehr selten schlafen, glaube ich. Also, wenn, dann maximal so 10. 10 ist schon gut möglich, am Wochenende immer gerne. Aber 13 wäre... Also, das schaffe ich so noch, wenn ich komplett 24 Stunden wache oder länger. Nach dem 48 Stunden Nightstream zum Beispiel eh nicht, habe ich so viel geschlafen. Aber... So, im Normalfall gibt es eher weniger. Dafür kriege ich halt innerhalb der Woche genügend Schlaf, deswegen... Äh, aber nicht... Wolle nicht so extrem viel schlafen. So, ab geht's, weiter, wieder Sachen kaufen. Verkaufen... Verkaufen und kaufen. Ist ja immer... Ne? In einem. So. Ähm... Das ist jetzt so ein Gegenspiel die ganze Zeit. Äh... Oh, warte, jetzt muss ich gucken. Wieviel kann ich für schleichen? Hm... Wie höherer oder schlechter wird, desto schwerer können euch Feinde entdecken. Eigentlich ist es ja nicht so wichtig, ne? Weil... Mich können jetzt ja schon relativ wenig entdecken. Aber ich denke trotzdem, dass das vielleicht nicht sinnlos ist. Oder ich mache Schutzrüstung. Dann bräuchte ich 24. Ne, ne, ne. Erstmal, erst mal schleichen. So, ähm, braun 19. So, ähm, 19 für Gesellenbuchschleichen. So, äh... Auch 2000. Trage ich meinen Kleinschotten? Ja. Ja. So, ähm... Äh, hier schleichen. Wie viel kann ich mir leisten zur Zeit? Sieben. Okay. Hm. Äh... Hier, die kann ich verkaufen. Äh... Äh... Damit hab ich wieder ein bisschen... Schleichen... Okay. Das dürfte so ein bisschen passen, ne? Äh... Huch. Na. Damit hab ich 42 auf Schleichen. Das ist schon mal ein guter Wert. Vor allem wegen der 42. Äh... Ja, und jetzt hab ich nicht mehr so viel, sondern die Hauptquests angesucht, den Ark. Ähm... Captain Bly aberweils töten. Sechs Minuten. Hab ich. Hm... Ich frage mich, ob ich das jetzt gerade einfach mal so machen kann. Ich glaube nämlich ja nicht. Ich denke, wir machen das in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020